Malcolm McRae sendet eine rührende Liebesbotschaft aus der Ferne. Der Ehemann von Schauspielerin Anya Taylor-Joy vermisst seine Frau. Berufliche Gründe halten das Paar derzeit in verschiedenen Städten auseinander. Auf Instagram schreibt der Musiker, Ich vermisse meine Frau, wenn wir in verschiedenen Städten arbeiten müssen. Ich mag dieses Foto von uns. Anya reagiert bewegt und antwortet mit vielen Herz-Emojis. Die beiden haben im April 2022 heimlich in New Orleans geheiratet. Später folgte eine offizielle Hochzeit in Venedig mit prominenten Gästen. Unter den Stars waren Miles Teller, Cara Delevingne und Nicholas Holt. Der Heiratsantrag war ebenfalls etwas Besonderes. Durch Zufall stellte Malcolm die Frage aller Fragen auf der berühmten Forrest-Gump-Bank. Kennengelernt haben sich Anya und Malcolm 2021 auf der Premiere von Das Damen-Gambit. In der Netflix-Serie spielt Anya die Hauptrolle einer talentierten, aber suchtkranken Schachspielerin. Nur wenige Tage nach ihrer ersten Begegnung schrieb Malcolm einen Song über sie. Der Titel des Liedes lautet Er war so begeistert von Anya, dass er sie unbedingt wiedersehen wollte. Seitdem sind die beiden unzertrennlich. Obwohl sie manchmal getrennt arbeiten müssen, hält die Liebe sie zusammen. Die süße Botschaft auf Instagram zeigt, wie sehr sie sich vermissen. Fans sind gerührt von so viel Romantik. Wir dürfen gespannt sein, wann die beiden wieder vereint sind. Wir sehen uns beim nächsten Mal.